Das Wunderland stellt die besten Modellbauer Da muss was Neues her. auf die Probe. Immer wichtig, dass es sich gut ins Wunderland einfügt. Wer begeistert die Experten? Ich find's cool. Wer schafft es? Ja, ich bin schon sehr süß. sich in der größten Modellbahnanlage der Welt Ich enthülle dann. zu verewigen. Ein Ritterschlag für jeden Modellbauer. Die neue Serie, die Modellbauer, das Wunderland-Duell. Ab Samstag, 3. September auf DEMAX.